Herzlich Willkommen, liebe Freunde, mein Name ist Daniel Feier und heute möchte ich Ihnen die Produkte und die Geschäftsmöglichkeit von Jeunesse Global vorstellen. Aber bevor ich das tue, lassen Sie mich Ihnen ganz kurz meine Geschichte erzählen. Ich bin 31 Jahre alt und komme ursprünglich aus Wetzlar in der Nähe von Frankfurt, lebe aber mittlerweile seit über drei Jahren in Dubai. Das war nicht immer so, sondern ich habe damals Network Marketing kennengelernt mit 17 Jahren. Ich war noch in der Schule, als ich dieses Businessmodell zum ersten Mal gesehen habe und ich war absolut begeistert von der Chance und von der Möglichkeit dessen, was mir damals gezeigt wurde. Jetzt müssen Sie verstehen, damals gab es noch kein Jeunesse. Dieses Unternehmen, was Sie heute kennenlernen, ist erst sechs Jahre alt, aber ich habe damals die Branche kennengelernt und war einfach fasziniert von den Möglichkeiten. Ich habe dann nebenbei in Teilzeit sozusagen mein Business aufgebaut, durfte die ganzen Grundzüge lernen und habe neben meiner Ausbildung zum Bankkaufmann und auch neben meinem Studium mein erstes Geld sozusagen im Network Marketing verdient. Das Ganze war recht faszinierend, doch vor sechs Jahren habe ich persönlich die Entscheidung getroffen, wirklich mein Business zu einem Meisterwerk zu machen. Und so war es der 21. September 2010 mein persönlicher D-Day, an dem ich mich entschieden habe, wirklich was Großes zu machen und was Großes zu bewegen. Denn in meinem Leben war es mir schon immer wichtig, nicht einfach nur mein ganzes Leben anzupassen, um einen Job oder eine Arbeit auszuführen, sondern ein Business zu finden, welches meinen Lifestyle supportet. Und das habe ich hier gefunden bei Jeunesse. Und mir war es möglich, in der letzten Zeit hier ein Team aufzubauen von mittlerweile über 26.000 Partnern mit Umsetzung von fast 2 Millionen Dollar monatlich. Und das ist erst der Anfang. Und was das für Sie bedeutet, was Sie in Jeunesse erreichen können, das möchte ich jetzt mit Ihnen teilen. Sie sehen hier die Gründer von Jeunesse, Randy Ray und Wendy Lewis, die das Unternehmen gestartet haben, zusammen mit dem Sohn Scott Lewis, der heute natürlich der Visionär der Company ist. Und alles begann im Jahr 2009, als Randy Probleme hatte mit seinem Knie. Er empfohlen bekommen hat, eine Knie-Replacement-Surgery zu bekommen, also sprich ein künstliches Kniegelenk. Er das aber nicht wollte und er dann nach alternativen Möglichkeiten gesucht hat. Und die beiden haben dann folgenden Herrn kennengelernt, Dr. Nathan Newman. Dr. Nathan Newman ist weltweit führender Experte im Bereich der Stammzellentechnologie. Und er hat eine Möglichkeit aufgezeigt, wie man durch die Injektion von Stammzellen das Knie, sozusagen die Kniefunktionalität wiederherstellen kann. Und das war natürlich so faszinierend für Wendy und Randy, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben, mit dem ganzen Thema Stammzellentechnologie. Und Nathan Newman hat ein Serum entwickelt, welches Wachstumsfaktoren von Stammzellen beinhaltet. Und somit die Möglichkeit gibt, auf einem ganz neuen Level Hautprobleme, Hautirritationen oder auch im Allgemeinen Hautstruktur zu erneuern. Und mit diesem Produkt, mit diesem originalen Serum wurde damals die Firma GYNESC gegründet. Das Ganze war 2009 und heute, sieben Jahre später, gibt es Versand in über 130 Länder mit weltweiten Niederlassungen und täglich werden es mehr. Wenn Sie sich mal die Umsatzentwicklung von GYNESC Global anschauen, dann ist das wirklich mindblowing. Denn der Umsatz hat sich jedes Jahr verdoppelt und hat letztes Jahr, im Jahr 2015, nach sechs Jahren, die Höchstmarke und auch den weltweiten Rekord im Network Marketing von 1,1 Milliarden US-Dollar erreicht. Meine Damen und Herren, keine Firma im Network Marketing hat einen solchen Umsatz in so kurzer Zeit erreicht. Deswegen sind Sie hier tatsächlich bei der Nummer 1 und das Ziel für das aktuelle Jahr sind weit über 2 Milliarden Dollar. Und wir sind hier in der Entstehungsgeschichte eines globalen Players unterwegs. Und die Marktverteilungsphase, gerade in Deutschland, ist jetzt gerade, wir sind seit zwei Jahren in diesem Markt aktiv. Und das ist natürlich eine absolute Gelegenheit für Sie heute hier aktiv zu werden. Wir sehen mittlerweile das schnellstwachsende Unternehmen, auch gelistet in der Inc. 500-Liste in den USA. Und das Mission Statement von GYNESC ist mir sehr, sehr wichtig. Denn es geht darum, dass die GYNESC-Familie einen positiven Einfluss auf der Welt erschafft, indem sie den Menschen dabei hilft, jung auszusehen und sich jung zu fühlen. Möchte sich irgendjemand jung fühlen und jung aussehen? Während wir gleichzeitig einander dabei helfen, unser volles Potenzial zu entfalten. Und das ist das, was ich an Network Marketing liebe. Sie sehen hier die Produkte, unser Youth Enhancement System. Hier ist wichtig, dass alle Produkte in einer Synergie miteinander arbeiten und in ihrem Körper und in ihren Zellen zu unglaublichen Ergebnissen führen. Ich mache Ihnen einen schnellen Überblick. Es gibt einmal den Bereich Luminis. Das ist unsere Stammzellen-Wirkstoff-Kosmetik, die über 200 Wachstumsfaktoren beinhaltet und die mittlerweile in klinischen Ergebnissen belegt wurde. Und 100% aller Probanden haben ausgesagt, dass sie das Produkt Freunden und Familie weiterempfehlen würden. Und das ist, worum es geht. Ich möchte Ihnen hier aber vor allem Bilder zeigen, Erfahrungen mit wirklich echten Problemen von Partnern, die wir in der Lage waren, durch Luminis zu verbessern, zu lösen. Oder auch hier auf der zweiten Seite persönlich eine Freundin von mir aus Dubai hier, die für eine Fluggesellschaft in Dubai arbeitet. Nach drei Wochen nur schauen Sie sich die Veränderungen im Hauptbild an. Solche Ergebnisse sind nur möglich durch Stammzellentechnologie und die haben wir in Luminis. Weiterhin sind wir internetweit viral bekannt geworden durch Instantly 8less, ein Produkt, eine Mikro-Creme, die wir haben. Und das Video, das Demo-Video dazu, schauen Sie sich bitte unbedingt an, hat mehr als zweieinhalb Millionen Views in wenigen Monaten erreicht. Und die Ergebnisse können Sie sich hier selber anschauen. Wir haben hier jeweils halbseitig das ganze Produkt angewendet. Schauen Sie mal zum Beispiel rechts bei dem Herrn, an der Stirn angewendet. Das Faszinierende ist, dass das Ergebnis innerhalb von nur zwei Minuten da ist, dass das ein sofortiger Effekt zu sehen ist. Wir haben dann Reserve, eine antioxidative Power-Mischung. Wir haben Finity, ein Produkt, welches im Bereich DNA-Reparatur arbeitet. Wir haben AMP, ein Produkt, welches Ihnen hilft, über Tag aktiv zu sein und nachts wirklich tief zu schlafen. Wir haben ZenBuddy, ein Workout- und Weightlust-Programm der absoluten Extraklasse. Und natürlich noch eine Sache, unser brandneuer, gesunder Energydrink, der wirklich mit nur 50 Kalorien und ohne die ganzen Chemikalien auskommt, wie andere Energydrinks und aus echtem Saft und echten Früchten besteht, müssen Sie unbedingt probieren. Ein absoluter Refresher, gerade im Sommer. Ja, das ist unsere Produktpalette, unser Youth Enhancement System und ich möchte Sie wirklich dazu anregen, die Produkte kennenzulernen und auszuprobieren. Denn nur wenn Sie von den Produkten überzeugt sind, können Sie hier tatsächlich auch effektiv was bewegen. Sprechen Sie dazu die Person an, die Sie heute hier auch für diese Präsentation eingeladen hat und Sie kann Ihnen zeigen, in Kürze hier die Produkte zu bekommen und natürlich auch den besten Preis zu erhalten. Ja, möchte ich Ihnen jetzt das Business ganz kurz noch erklären. Und zwar, was macht denn den Unterschied zwischen traditionellem Marketing und Network-Marketing? Ganz einfach, im traditionellen Marketing werden Millionen jeden Tag für Werbung ausgegeben und im Network-Marketing nutzen wir das Empfehlungsmodell, Freunde werben, Freunde, Kunden werben, Kunden, systematisch um das Geschäft aufzubauen und die Marke aufzubauen. Dabei bietet Ihnen Genesse sechs Vergütungsmöglichkeiten und das Ganze beginnt natürlich bei dem Thema Verkaufen mit Gewinn. Wenn Sie das Produkt einkaufen, haben Sie fast eine 40-prozentige Marge im Verkauf. Sie haben außerdem einen Kundenakquisebonus, sprich, wenn Sie neue Partner in Ihr Business einbauen, dann bekommen Sie einen Bonus für das erste Paket, der sich zwischen 25 Dollar und 300 Dollar bewegt. Der dritte und faszinierendste Step, den ich persönlich finde im Network-Marketing und hier bei Genesse, ist natürlich die sogenannte Teamprovision. Was mich schon immer fasziniert hat, ist, dass ich die Chance habe, in einem Network-Marketing-Business, dass Sie die Chance haben, in Ihrem Network-Marketing-Business oben zu stehen und die Möglichkeit haben, weitere Menschen zu integrieren in Ihr Business, mit den Leuten Geschäft zu machen, mit denen Sie wirklich Geschäft machen wollen und dann an allen Umsätzen bei uns bis in die unendliche Tiefe vergütet zu werden und das Ganze mit Teamprovisionen, die maximal bis zu 26.250 Dollar pro Woche entsprechen können und das Ganze tatsächlich Woche für Woche für Woche. Und natürlich müssen Sie wissen, dass dieses Einkommen nicht typisch ist, nur ganz, ganz wenige Menschen verdienen so viel Geld, aber viele, viele hunderte und viele, viele tausende von Menschen verdienen nebenberuflich oder hauptberufliches Einkommen in Genesse und das ist auch für Sie möglich. Wir haben einen kompletten Karriereplan, der Ihnen dann weitere Möglichkeiten der Vergütung noch eröffnet und es gibt außerdem Lifestyle-Incentives, die wirklich dieses Business zu einem Erlebnis machen. Ich habe in keinem Geschäft der Welt so viele Länder gesehen, so viele Menschen kennengelernt dürfen und so begeistert mein Business von zu Hause aus aufbauen dürfen. Ja, zum Abschluss dieser Präsentation möchte ich Ihnen natürlich noch sagen, wie Sie hier starten können. Denn das ist entscheidend, das Nummer 1 Network Marketing Business, derzeit Genesse Global in unserem Team, eines der schnellstwachsenden Europas namens Unity Global, ermöglicht Ihnen natürlich einen effektiven Start in diesem Business. Aber was Sie machen müssen, die einzige Entscheidung, die Sie wirklich treffen müssen, ist, wie möchten Sie Ihr Geschäft starten? Mit welchem Produktpaket möchten Sie starten? Das beste und größte Produktpaket, was wir haben, ist dieses, das Ein-Jahr-Ambassador-Paket. Das kostet 2.500 Euro netto, die Investition dafür ist also unglaublich niedrig. Wenn Sie sich mal vorstellen, ein normales, traditionelles Business, könnten Sie niemals für diesen Betrag starten. Ein Bekannter von mir hat ein Fitnessstudio und sein Außenschild, welches beleuchtet ist, kostet 2.500 Euro. Ihre Webseite, die Sie programmieren würden, würde 2.500 Euro kosten. Ihr Branding würde 2.500 Euro kosten. Wahrscheinlich der Unternehmensberater würde 2.500 Euro kosten. Wahrscheinlich allein die Zinsen für den Kredit, den Sie bräuchten für Ihr normales Business, wären 2.500 Euro. Und hier haben Sie die Möglichkeit, nicht nur mit einer Investition von nur, wirklich nur 2.500 Euro zu starten, sondern zusätzlich Produktpaket zu erhalten im Wert von über 4.741 Euro. Das heißt, schauen Sie mal, allein in der Weitergabe der Produkte können Sie hier mehr als 2.000 Euro verdienen. Außerdem können Sie natürlich alles selber ausprobieren. Und das ist wirklich ein mega, mega Paket. Jetzt habe ich für Sie aber heute Abend, weil Sie sich die Zeit genommen haben, für diese Präsentation noch einen absoluten Geheimtipp. Und zwar haben Sie die Chance, hier über 600 Euro zu sparen bei Ihrem Start und trotzdem die gleichen Vorteile zu erhalten und die komplette Freischaltung auf den Vergütungsplan. Das ist tatsächlich das beliebteste Paket. Unser Ambassador-Variety-Paket sind nur 1.900 Euro Investitionen. Und schauen Sie mal, Sie haben ein komplettes Produktpaket, mit dem Sie bestarten können. Und wie gesagt, die komplette Freischaltung auf den Vergütungsplan. Wir haben dann, wenn Sie kleiner starten möchten oder müssen, weil Sie vielleicht gerade finanziell in einer Situation sind, auch noch zwei kleinere Möglichkeiten. Einmal ein Ambassador-Paket, das empfehle ich wirklich jedem, der zumindest sagt, ich möchte mal die Produkte ausprobieren. Weil Sie sehen hier schon an der Anzahl der Inhalte, dass Sie jedes Produkt im Prinzip einmal bekommen, bis auf die wichtigsten zwei- oder dreimal, sodass Sie wirklich selber mit der Familie alles mal ausprobieren können. Oder halt die Notlösung, sage ich immer so gerne, das Supreme-Paket für die Ständen oder Menschen, die wirklich einfach mal probieren wollen. Hier haben Sie aber nicht alle Produkte, das heißt, das sollte wirklich die Notlösung sein. Ja, suchen Sie sich ein Paket aus und dann treffen Sie die Entscheidung, die wirklich, wirklich wichtig ist, nämlich join the team. Ja, starten Sie mit uns im Team, denn wir sind wirklich one team, one family, one Jeunesse und wir helfen auch Ihnen, ein Business von zu Hause aus aufzubauen. Und ich freue mich schon, Sie kennenzulernen auf einem unserer nächsten Veranstaltungen. Vertrauen Sie mir, fühlen Sie rein, schauen Sie sich das Ganze ein bisschen an. Ich habe in 14 Jahren Network-Marketing so etwas wie Jeunesse noch nie gesehen. Und mein Tipp an Sie ist, dass Sie jetzt Ihren Ansprechpartner kontaktieren, der Sie hier eingeladen hat. Einfach sagen, zeig mir nochmal die Pakete, lass uns nochmal drüber gehen, treffen Sie eine Entscheidung, registrieren Sie sich und wichtig, machen Sie es heute. Studien haben herausgefunden, dass wenn Sie nicht innerhalb von 48 Stunden eine Entscheidung treffen und handeln, basierend auf einer Entscheidung, wird meistens nie wieder die Aktion folgen. Und dann wundern Sie sich irgendwann in 5 Jahren oder in 10 Jahren, dass Sie ja nicht die Chancen wahrgenommen haben, die sich Ihnen präsentiert haben. Und Sie ärgern sich vielleicht, dass Sie heute nicht gestartet haben. In diesem Sinne, ich freue mich drauf und ich glaube an Sie.